Ich bin selbstbewusster geworden. Ich kann mehr Bürokram machen, mehr Schriftverkehr. Ach übrigens, ich hatte Probleme mit Lesen und Schreiben. Ich bin hier in Hamburg aufgewachsen, hier bin ich zur Schule gegangen. Hier lebe ich sozusagen. Ich habe eine Ausbildung in Husum gemacht als Polsterdekorationsnäherin vor neun Jahren. Ich arbeite mittlerweile seit vier Jahren hier in Hamburg in einer Zentralküche als Küchenhilfe und mache Dessert, Salate und die rechte Hand des Kochs sozusagen. Ich habe mich einfach anders orientiert. Kochen war immer schon das, was ich wollte. Ich habe schon als Kind viel gekocht, weil meine Mutter alleinziehend ist und ich noch einen jüngeren Bruder habe und der ja auch irgendwann mal was essen musste. Also musste ich als ältere Schwester dann eben halt auch mal den Kochlöffel schwingen. Bei mir in der Schule war das so, dass ich erste Klasse in die Grundschule gegangen bin. Und dass man das damals schon ein bisschen gesehen hat und mich dann auf eine Förderschule geschickt hat. Da war ich dann auch fast neun Jahre sozusagen. Also im Alltag ist es nicht schwierig, außer wenn ich dann eben halt Auto fahre und diese Schilder dann schnell lesen muss. Das ist dann schon schwierig. Aber im Berufsverkehr oder wenn ich unterwegs bin oder am Automaten oder so, das ist gar nicht mehr schwer. Im Gegenteil, wenn ich mit meiner Mutter dann sind wir letztens zu meiner Großmutter gefahren und dann mussten wir die Deutsche Bahn nehmen. Ich hatte das innerhalb von zwei Minuten drauf, die Fahrkarte und meine Mutter braucht dafür fünf Minuten. Also da ja und dann meinte sie, wie machst du denn das? Das geht ganz einfach. Und die ist zack, zack, zack und weder ist die Sache. Mein Ziel für die Zukunft ist es einfach auch Leute zu erreichen, die eben halt selber das Problem haben mit Lesen und Schreiben. Und dass sie einfach auch sehen, dass es auch anders geht. Dass man aus seinem Leben noch was machen kann und nicht zu Hause rumsitzt und Juhu schreit sozusagen und nichts mehr macht. Das ist mein Ziel.